I won't let go, I won't let go, and if you feel sick, I will spring into the cold water, I'll let you go, I'll let you go. Ja, das ist das, was die Fischer singt. Das sind nicht die Capri-Fischer, so wie Nein, das ist die Fischer von DSDS. Was kriegst du denn jetzt da hin, du 50, doch, du Vogelmann? Das sind die Fischer, die Fischer, die kommen da jetzt zu DSDS und machen hier, oh, ist hier links ein Auto, muss ich mal gucken, hier ist gleich der Wagen. Krankentransport, den braucht man nicht, wenn sie singt, aber die Jury brauchte das, die Jury brauchte diesmal einen Krankentransport, weil es ist so eine hitzige Diskussion um dich, Fischer. Miss Fischer, ja, ich würde einfach dich ankündigen jetzt in Zukunft als Miss Fischer mit dem Warmwater.